Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte am Donnerstag während der DD-Feierlichkeiten an, dass die Ukraine neue Kampfflugzeuge erhalten wird. Macron nahm zusammen mit US-Präsident Joe Biden, dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und anderen Weltführern an den Zeremonien zum 80. Jahrestag der Landung von mehr als 150.000 alliierten Truppen an den Stränden der Normandie am 6. Juni 1944 teil. Diese Landung leitete den Beginn der Befreiung Europas von der nationalsozialistischen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs ein. Wir werden eine neue Zusammenarbeit starten und den Transfer von Mirage 2000 bis 5 Kampfflugzeugen an die Ukraine ankündigen, die vom französischen Hersteller Dassault gefertigt werden, sowie die Ausbildung ukrainischer Piloten in Frankreich, erklärte Macron im französischen Fernsehen. Er fügte hinzu, dass ukrainische Beamte, darunter auch Zelensky, alle Verbündeten um mehr Unterstützung im Kampf gegen Russland gebeten haben. Macron betonte, dass er keine Eskalation wünsche, aber dass Frieden nur erreicht werden könne, wenn die Ukraine in der Lage sei, sich zu verteidigen. Er sagte zudem zu Zelensky auf Ukrainisch, wir stehen an ihrer Seite und werden sie nicht im Stich lassen. Die Mirage 2000 bis 5 Kampfflugzeuge sind vielseitige, einmotorige Flugzeuge, die in den 1970er Jahren entwickelt und Ende des Jahrhunderts weiter verbessert wurden. Macron sagte, Frankreich bilde eine Koalition mit anderen Ländern, um der Ukraine ähnliche Flugzeuge wie die F-16 zur Verfügung zu stellen. Das O-Aviation hat etwa 600 Mirage 2000 Flugzeuge produziert, von denen die Hälfte in acht Länder exportiert wurde, darunter Griechenland, die Vereinigten Arabischen Emirate und Taiwan. Die Mirage 2000 bis 5 ist eine modernisierte Version mit verbessertem Radar. Sie ist mit Mika Luftluftraketen und Skype-Marschflugkörpern ausgestattet, die Frankreich bereits an die Ukraine geliefert hat. Macron machte keine Angaben dazu, wie viele Flugzeuge Frankreich bereitstellen wird, und betonte, dass die Details später bekannt gegeben würden.